Hier kommt die neue Sitzgruppe hin. Mit Sonnenschirm. Dann muss der Grill aber dastehen, damit ich es nicht so weit zum Tisch habe. Und wo kommt die Liege hin? Die könnte doch hier so stehen. Ich bin total aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten. Der Garten ist so schön. Und die Hütte. Ein riesiges Hexenhäuschen. Knusper, Knusper. Knäuschen. Das ist ja eine Überraschung. Herr Wolf. Sie hier? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Wir gießen für Herr Fiedler die Pflanzen. Ach so. Das hörte sich aber gerade ganz anders an. Grillplätzchen, Sonnenschirm und so weiter. Und solange Herr Fiedler nicht da ist, dürfen wir den Garten nutzen. Haben Sie ein Problem damit? Nein. Um Gottes Willen, nein. Genießen Sie nur das schöne Wetter. Aber apropos Grillen. Grillen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Gartennachbarn erlaubt. Stammt nicht von mir. Steht in der Vereinsordnung. Aber schönen Abend noch. Wo ist es so nass? Ich bin du.